Herzlich Willkommen zu Folge 4 von Game of Thrones aus dem Hause Telltale. In der letzten Folge durften wir als der junge Lord Eason beweisen, dass er auch würdig ist, ein Lord zu sein, sich ein Lord zu nennen und haben dem alten Lord Whitehill erstmal gehörig die Meinung gegeigt. Dann wurde uns enthüllt, dass wir in dieser Folge wohl mit Mirawater spielen, welche sich in King's Landing aufhält, einem der gefährlichsten Orte. Ich wünsche viel Spaß. So, und da sind wir in King's Landing, Leute. Nachdem wir in der letzten Folge den Lord Whitehill so abgeschmettert haben, wechseln wir nun in Miras Rolle, die Zofe bei der Königin. Aber nicht Cersei, sondern die andere. Ich spoilere mal nicht. Sieht ihr ja gleich. Leute, die Game of Thrones kennen, wissen das natürlich. Hm. Rosengartenbrosche. Ah, du Spoilers, ja. Verdammt, jetzt ist es. Super, Mira. Toll. Oh. Da hast du immer ein Stück Heimat bei dir, Kleine. Was haben wir hier? Junkische Münze. Ja, Familie ist viel wert. Und was haben wir hier? Ja, die ist ja auch eine gute. Ja, die ist ja auch eine gute. Ja. Alles wird gut. Nein, das ist Game of Thrones, als ob. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. Stops als Buch. Okay. Ja, Rodrik. Rodrik ist nicht mehr. Ich glaube, das willst du nicht. Ist hier noch irgendwas, das man angucken kann? Na komm, zeig uns einmal die Aussicht. Oh. Einrad, da ist galt. Brief von Mutter. Oh. Aber sie hat einen verrückten Typen als Mann und kann leider noch nicht viel ausrichten, die Arme. Denke ich. Also gehe ich mal von aus, wenn ich jetzt so einfach an Game of Thrones denke. Also ist ja immerhin mit dem verrückten Prinzen zusammen. Was ist los, Kohle-Junge? Komm rein. Du bist nicht zufrieden, kleiner Junge. Komm in, haben einen Tee, bitte. Sie liest immer noch und sagt nichts. Das like ich jetzt noch. Entschuldigung, meine Frau, aber bist du okay? Wenn du mir nicht interessiert hast, dann bist du ziemlich erschrocken. Ich bin nur... ... über meine Familie. Ah. Das ist ein Buch von Ulm, ist es? Es ist nett, dass du dich fragen kannst. Natürlich, meine Frau. Du bist immer klar zu mir. Bitte, wenn du kannst. Die Forrester sind ein gutes Haus. Ma-i-Gott. Ich wollte gerade sagen, wie langsam er die Kohlen daraus hat. Aber es scheint, wie du machst. Ich bin ihre Handmaiden. Das ist, was ich dachte. Ich habe dich mit ihr vorher gesehen. Ach. Du siehst wie gute Freunde. Ein Königsland... King's Landing ist keiner bei guter Freien. King's Landing ist nicht so gut, aber ich weiß, dass sie über die Starks und wie ist Forrester. Wie ist Forrester? Aha. Siehst du, manchmal ist es auch gut, nett zu sein. Nicht nur manchmal, eigentlich immer Leute, aber... ... das ist, was ich meine. Das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt mal ein nützlicher Verbündete, Alter. Wer ist er jetzt, weiß ich nicht. Mira. Auf deinen Schultern lassen schwere Böden. Oh, Marjorie. Auf geht's, sieht die aber besser aus. Muss ich ehrlich mal sagen. Von dem Tag, wo du in Highgarden gekommen bist, habe ich dir mehr als Freund, als meine Handmaiden. Eine liebliche Freundin, in fact. Danke, meine Frau. Und du wirst, wie ich fühle mich, was mit deiner Familie passiert. Ich fühle mich deine Angst, als ob es meine eigene war. Was, was du hast, ist außerhalb der Erinnerung. Und deine schlimme Familie auch. Meine Familie hat mich geschrieben, meine Frau. Das hört sich gut an. Ja, das ist bestimmt nicht einfach für euch. Ja, mir, lady. Cersei herself cornered me this morning, outside the royal seft. Was ist das nicht schon? Sie mentioned the northern girl in my service, und sie painted you a traitor. What? Sie war sehr glücklich mit ihr selbst. Sie war voll mit mir, als sie sagte es. Ich bin nicht ein traiter. Natürlich nicht. Es ist nur ein Entschuldig, um dich zu retten, und mit mir zu retten, um mich zu retten. Oh, Mann. Cersei ist echt eine Hiep. Sie will eine Entschuldigung. Sie will eine Entschuldigung, um was ich nicht wissen, aber... Oh, nein. Sie ist jetzt auf uns, und ich versuchte, dass ich dich zu retten würde. Ich würde mich nicht fragen, ob es nicht wichtig wäre. Ich kann mich nicht mit Cersei mit Cersei, mit der Erinnerung so weit entfernen. Ja, was soll ich Sersi sagen? Okay Ich komme die Tür auf die Arme Okay Du kannst eine Sache fühlen, aber du musst eine andere sagen Okay Daran bin ich nicht gut, Leute Good luck Danke Oh man, bin ich immer gespannt, was uns jetzt erwartet Ah, guck mal Oh Oh, ist das schön Wie in der Story selbst zu sein Du kannst das machen Ich kann das machen Mach es, Baby Wir machen es Oh, ja Ich bin aufgeregt Ich muss mich irgendwie selbst beruhigen Kann ich nicht schneller gehen? Ah Ah Lady Marjorie Aren't you looking lovely this evening Dankeschön Lord Tyrion Your Grace Da hat sie aber Na 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 Auf jeden Fall Niederknien Oh Oh Oh, danke Euer Lordship Boah, ich bin grad Ich hab grad richtig Oof 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 Fuck Aber das können wir doch nichts für Wir sind halt treu Danke 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 Ich hoffe das ist so gut, ich hoffe Ja 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 Hab ich was falsch gesagt Ja Hab ich was falsch gesagt? Wirklich? Aber Ich dachte das wäre eindeutig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Oh Was soll ich sonst sagen? Was soll ich sonst sagen? Was soll ich sonst sagen? Das ist King's Landing Was hättet ihr gesagt Leute? Die Habt ihr dealers Oder Sie Was soll ich sagen? Vielleicht nicht. Ja. Ich will hier wieder raus. Oh Mann. Ich bin ein Mädchen aus dem Norden, hier in Service zu Lady Marjorie. Sie können nur sagen, dass ihr Interesse ist. Doch die Loyalität zu einem König, muss das absolut sein sein. beyond Frage. Und wenn deine Loyalität zwischen deinem König und der Person, die du bist, was würdest du dann machen? Ich bin sicher, dass sie... Die Mädchen antworten die Frage. Geh weiter. Ich wäre ehrlich zu dem König, Frau Frau. Ah, Tilian. Ah, Tilian. Das ist so geil. Das ist auch mein Lieblingscharakter, ehrlich. Der ist so genial. Spielt den auch so genial. Ich hoffe, ich habe Marjorie jetzt nicht verärgert. Ich wollte eigentlich es allen am besten machen. Ähm... Oh, danke schön. Das wird ja ein langsamer Gang raus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie müssen noch auf den Kronen antworten. Sie müssen noch nicht vergessen. Sie müssen nicht vergessen. Sie müssen nicht vergessen. Sie müssen nicht vergessen. Das ist so, dass du siehst. Das ist so, dass du siehst. Dass du so öffentliche, dass du so glücklichesigst mit Joffrey für alle gehört hast. Die Schäufe Marjorie war schuldig. Obwohl Cersei war sehr glücklich. Es war sehr glücklich. Es war sehr die erste Impression. Ich habe natürlich alles sehr gut gefunden. Ich habe versucht, sie zu schützen. Ich habe versucht, sie zu schützen. Ich denke, das war klar für alle. Ich hoffe, das habe ich auch gut hingekriegt. Oh Mann. Leute, wenn ihr denkt, ich habe das gut hingekriegt, lasst doch einen Like da. Wie hättet ihr es gemacht? Würde mich interessieren. ihr Ironwood zu ein anderes Haus. Es ist der Kronen, der entscheidet solche Dinge. Der Kronen braucht Böse. Böse brauchen Böse. Und ich spreche für den Kronen in diesem Bereich. Nicht sie. Was sagst du? Ich kenne durch die Serie ja seinen Charakter. Deswegen schätzen wir, wie er auf manches reagieren würde. Okay. Wie gesagt, ich bin bereit alles zu tun. Du. Du. Du bist eine brave Frau, nicht wahr? Ja. Ich will das. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, ich wünsche mir, dass ich sie heute Abend besitze. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Das weiß jeder, der die Serie geguckt hat. Oh Mann. Und ich würde sagen... Ah ne, warten wir mal kurz noch, was da jetzt kommt. Ein klein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein klein bisschen Zeit haben wir ja noch. Okay. Sir Jamie, ich würde mich nicht interessieren, diesen weißen Kloge zu sein. Sarah, was? Es ist wahr. Es ist wahr. Und Oberyn Martell, der rote Viper. Das ist aber cool. Ne, ich tu das wieder zurück. Das hättest du gerne, ne? Ich weiß nicht, ob du so cool bist, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Er hat einen bestimmten Blick über ihn. Und er hat immer Frau Marjorie gut behandelt. Ich will keine Kloge sein, egal, wer ich heiraten muss. Ich will keine Kloge sein, Ich will keine Kloge sein, ihr Norden. Du bist ein perfektes Scepter. Ich würde ihn heiraten. Ich würde ihn heiraten. Ich habe die Kraft, die du als Kloge der sieben König haben würdest. Ich könnte dir sogar meine Handmaiden sein. Aha. Super. Hihihi. Ja, Becker. 1-2 Minuten habe ich noch. Brienne von Tart und Tyrion. Nichts, my lord. Äh, my lady. Das ist nicht ein Spiel. Es ist ein Kampfplan. Alleine und Feindler können mit jeder Bewegung werden. Aber sie sagen, es sind Männer, die körperlich sind. Und du? Und sie? Und ihr? Okay. Und du? Und sie? Und ihr? Okay. Das stimmt. Weil sie eine gute Königin wäre. Weil sie eine gute Königin wäre. Hehehe. Ja, was geht? Ich komme aus dem Ruhrpott. Hehehe. Aber ich weiß, dass du Angst hast, was die Boltons mit deiner Familie tun können. Mhm. Danke, my lady. Danke, my lady. Und ob wir ihre Hilfe erbitten oder nicht, Leute, stellen wir gemeinsam in der nächsten Folge fest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lass doch mal ein Like da. Und falls du noch nicht abonniert hast, kannst du das ja gerne machen. Denn bei mir gibt es noch einiges mehr zu sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Brille.